Jopp Plastics Technology GmbH mit dem Sitz in Mechernich ist ein Spritzbus-Unternehmen und ist technologietreibend in dem Sektor medienführende Baugruppen. Mit hochtechnischen Kühlsystemen aus Grundstoffe, in dem Fall eben klammiklastisch bearbeitete Grundstoffe, mit dem Fokus vor allem auf Kühlsysteme für alternative Antriebstechnologien, um so die Effizienz zu steigern und damit auch die Reifahrt zu fördern. Ich freue mich sehr über die Nominierung und bin jetzt schon gespannt auf die Reaktionen der Kollegen und Mitarbeiter und hoffe für die nahe Zukunft die Bekanntheit der Firma in der Region noch zu stärken, im Hinblick auch auf die Produkte der kommenden Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017